Und wie soll ich damit anfangen? Hallo, ich bin die Tabea. Mein Name ist Andreas. Ich bin der Matthias. Bebra, Bebra. Hallo, ich bin die Lara. Mein Name ist Fabian. Ja, ich bin die Jasmin. Das war echt schwierig. Die Vielseitigkeit. Das abwechslungsreiche Tagesgeschäft. Modernes Umfeld. Das Miteinander. Dass es familiär ist. Dass wir Deutschlands einzige Reparaturwerkstatt sind. Zu viele, um sie jetzt aufzählen zu können. Modernste Arbeitsplätze, Aufenthaltsräume, eine hochmoderne Teeküche. Viele. Ruhebereiche, hochmoderne Besprechungszimmer, Lounges. Eine Menge. Motivierend. Entspannend. Arbeitsatmosphäre super gelassen. Super. Sehr angenehm. Mein Team ist mega, mega jung, mega motiviert und einfach immer dabei.